In den Office-Produkten kann ich das Office-Design und die Kritzelkreise zum Beispiel ändern. Hallo und willkommen zu diesem Outlook-Tutorial. Kritzelkreise, das ist hier oben in der Titelleiste zum Beispiel dieses Muster, was gezeigt wird. Und das Office-Design hier weiß. Das Menüband setzt sich kaum von den E-Mail-Elementen oder vom Ordnerbereich hier farblich ab. Das kann ich alles ändern. Und zwar für komplett Office in Datei, Optionen. Und dort gibt es die Kritzelkreise, der Office-Hintergrund. Dort kann ich andere Muster einstellen. Das sind halt die Muster, die auch pro Anmeldung am Rechner gezeigt werden. Ich könnte zum Beispiel die Kritzelkreise nehmen. Ja, meine Kinder nehmen die Kritzeldiamanten. Na, mache ich nicht, nehme ohne Hintergrund. Und Office-Design, das steht auf Weiß. Da kann man auch ein kräftiges Dunkelgrau nehmen. Ich klicke mal auf OK. Ja, das setzt sich also sehr gut ab. Allerdings, ich finde es schon ein bisschen zu kräftig. Wechsle auch mal auf PowerPoint. Auch hier wurde gleichzeitig verändert. Wechsle mal zurück. Und Datei, Optionen. Dort kann man auch bei den Office-Designs hier das Hellgrau einstellen. Hellgrau. Ich klicke auf OK. Damit komme ich ganz gut klar. Hier so eine dezente Absetzung von Menüband, Ordnerbereich, Aufgabenleiste. Und auch hier in PowerPoint wurde das direkt umgesetzt. Ja, also, falls euch diese einfarbige Farbgebung hier stört, einfach ändern. Drei Möglichkeiten sind da. Bis zum nächsten Video.